mhm, du bist auf Koks ja, und du siehst purple aus, alter, wie Paraloia purple bist du, oh mein Gott dicker hashtag stay wet, alter was was, dann fällt das klaro bw auf cbbw nimm das wirklich so, mein Junge cbbw, Jungs nenn das einfach mal und man, ihr habt schon angst, alle nenn das clan war auf zweier map fragezeichen, herzchen ausrufezeichen, xd pvp, nenn das so warte mal wieso, wieso, ich frag jetzt echt, ob das mir egal, digga, digga, pass auf pass auf, er schreibt so oh mein Gott, screen, er kommt so, guck mal, stell dich mal hier hin, Paddy ja, ich würde da fragen auf irgendeinen Paddy, komm jetzt her wo bist du, Paddy guck mal her ich steh hier so, komm mal her stell dich mal hier hin er kommt so von hier und fragt so screen und er ist hier und typt aus oh mein Gott, der ist so geil ok, 3, 2, 1 und hollöschen youtube hier ist wieder euer ich steh hier mit einer weiteren challenge mit Paddy hii ja, und wir haben heute eine ganz besondere challenge eigentlich nur das gegenteil von einer anderen challenge die wir schon mal hatten ja, genau die Paddy erklärt euch das jetzt mal äh, ja die Paddy fängt jetzt an und zwar ähm, dürfen wir kein Sandstein benutzen ja, das war's das ist schwer, weil Sandstein ist das Element in Bad Wars, Bad Wars besteht aus Sandstein und wir dürfen es nicht benutzen echt so, alter Bad Wars zerfällt jetzt Sandstein hat Bad Wars geprägt und wir dürfen es nicht benutzen wir dürfen einfach nur mit Glas oder Endstein oder Kisten ja gut, Kisten, mit denen kann man glaube ich nicht bauen, aber definitiv definitiv nein ne ne, also ich kann ja alles versichern das bauen mit Kisten ist schwer versuch mal mit Kisten zu bauen vielleicht geht das ja echt ich probier's jetzt wird's spannend also igeln werde ich damit nicht seid ihr sicher du kommst hier live im CDF, der liebe äh, konnte ich versuch grad mit Kisten zu bauen haha das ist wunderschön gemacht da ist sogar eine Vaterkiste geworden, ja aus zwei kleinen Babykisten wird eine Vaterkiste nein, ich hab mir wieder du bist so ein Paddy das waren zwei Stacks Bronses, sorry bist du komplett Paddy zum Glück spielen wir nicht auf der äh, neuen Map die übrigens rausgekommen ist die an meinem Map, die könnte ich mal gerne anschauen und ein bisschen drauf schocken die ist echt nice, aber da ist der Weg in die Mitte richtig lang und das ist nicht so nice ist halt echt so, wir haben die Map bei Paddy gespielt nice in der Aufnahme, also schaut bei Paddy vorbei nein da war der Weg in die Mitte länger als gedacht, mein Gott die haben Bogen, die haben Bogen, wir sind verloren wir sind verloren wir sind sowas von verloren die verlorene heute hast du Blöcke, dann geb ich die Gold, dann zählst du jaا, komm her leleyke ich fick den Mann präm ich baller den nein ich hab keine Blöcke方 und er ist geballert Ich werd hier nicht geballert, der enjoyt gleich die Kombo, Alter, dann ist dein Life-Crit, Alter. Kombo-Won-Boo, komm her, komm her. Der denkt auch, er wär King mit QSG, Alter, mit keinem QSG. Wieso spielt der QSG in Bad Wars, man denkt, ich darf ihn auch Bogen benutzen lassen. Nein, das hier fickt man! Passt, ihr habt an, lol, er toggelt mal einen Huren, so, nein, Spaß, er toggelt natürlich nicht. Äh, doch, er toggelt doch. Gott, hier hinter, hier, hier dreh dich um! T-t-t, dann geht er einfach an mir vorbei. Stopp, ja, Mann, mach QSG. T-t-t-t, t-t, t-t, t-t. Ja, tut mir leid, falls ich grad irgendwie ein bisschen, äh, auf Drogen rüberkomme, aber... Paddy, kommst du mal, bitte! Danke! Gotti hat mir ein bisschen Stoff gegeben, Alter, jetzt bin ich ein bisschen durch. Paddy! Yo, Bruder, yo, bin da! Komm, 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 fick ihn, Junge, fick ihn, Alter, Gotti! Ein Ernst! Gib mir das Ding, ich hab' mehr! Du bist so nervig! Hey, du hast es nicht gedacht, ach, doch, hast du! Ich kann den Weg nicht bauen! Ah! Aua! Alle Ohren geboren! Pich, 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 pich! Du bist komplett Gaby, net! Ah! Ich hab'n bisschen Stoff bekommen, Alter! Na, halt dein Maul! Dieser Kursky-Typ, Mann, er hackt! Er hackt! Er hackt! Ey! Ah, meine Hand! Junge, hört an! Du Hurensohn, ich pop deine Mutter! Okay, okay. Sein Maid steht auf'n anderen Weg und spammt auch, ey, das ist schon wieder... Gotti, das musst du bitte raussteigen, mit so'n Pieps-Geräusch. Du musst so'n'n Pieps! Weißt du? Kennst du das? Wenn ja, dann mach' es! Er fliegt natürlich nur nach hinten und nicht fass'n! Der Typ, da ist grad uns, wir wissen, schon die letzten zehn Runden geteilt, deswegen sieht man's aufrecht. Die bauen ihr Bett ein wie ein Atomisches Brugger im Zweiten Weltkrieg, Alter! Junge, die bauen ihr Bett echt ein wie ein Atomisches Brugger! Ich hab' das grüne Bett gleich! Bei uns, bei uns, bei uns, bei uns! Gotti, kriegst du ihn bitte! Ich bin beim grünen Bett! Ich trap die, Mann! Ich hab's! Ja, bei uns war'n Roter, der geleckt hat, den ich kaum knocken konnte. Ist unser Bett weg? Nein! Aber das Bett von denen ist weg, Mann! Der CW-Clan! Kannst schreiben, CW-Takeout! Hashtag 01! Mann, Junge, Alter! So'n Nerven! Ey, ich bin ne... Der kommt zu mir! Der Hacker! Der Hacker will mich ficken! Der krieg' ne Klatsche, Alter! Der weiß ich das! Junge, der ist so dumm! Ich kann mich nur mit Glav safe bohren, Alter! Was wir da tun? Wir bringen... Der kommt wieder auf die... Okay. Ich sag' lieber nichts! Mann! Kommt dir der Hacker? Kommt dir der Hacker? Kommt dir der Hacker? Kommt dir der Hacker? Ich glaub, sein Meld ist dafür komplett scheiße! Junge, er fuckt so ab, Mann! Sein Meld ist zwar scheiße, aber ich kann nichts gegen ihn machen! Ihr seht jetzt halt genau, was ich mache durch das Glas, das ist so behindert! Das ist kein Minecraft, das ist Real Life! Ohhhh! Wo waren die Gegner? Ich hab' ihn nicht gesehen! Ich hab' keine Blocks mehr! Du hast nicht gepoppt! Ich konnte keine... Du bist so'n kompletter Leroy, Alter! Was hab' ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, du hast... Ich wollt' Blocke mich machen, dann sitzt du vor meine Fresse und block'n da falsch runter! Jetzt diesen Moment... Mann! Der Typ geht einfach nicht down, weil sie Meld ihm immer hilft! Get down, down, down! I wanna' say down, down, down! Was laber ich eigentlich für ne Schiesser, Alter? Keine Ahnung, Mann! Hör auf! Der hat auch einen Bogen! Der hat auch Eisenschwert! Der hat auch Eisenschwert, ganz klar! Was? Junge, was? Dein Meld kommt... Du dreckiger Jude! Ich f... Okay, es reicht nicht, Kotti, das musst du auch rauspielen! Was... was haben wir mal alle gegen Juden, Alter? Immer wird das Wort als Schimpfwort benutzt in meinen Aufnahmen! Das musst du auch rauspielen, Kotti! Ich piep' hier gar nichts raus, Alter, nee! Halt's, Maul! Ich hab' nichts gegen ihn! Das entschallt nur aus Rage, Alter! Ich muss schon wieder Sachen stellen, Mann! Was ist hier los? Locker, du bist selber ein Jude! Ja! Erkennst du das nicht an meinem... an meinem Skin an dem Judenstern? Ich dachte eher an dem... Ne... Ich bin Arya, Alter! Was hast du tun? Okay, ich pop den Bogen! Jetzt kommt sein Mate! Du Jude! Ich schneid' hier gar nichts! Ich schneid' hier gar nichts raus! Da kannst du nix machen! Das ist mir so egal! Nein! Der denkt an deine Fans, dass ich immer so bin, Mann! Pff, meine Fans, die kennen dich eh schon etwas länger! Die wissen, dass du nicht so bist! Ja, Digga! Ich verleidige hier irgendwelche Juden, Mann! Der toggelt rein, Alter! Der Dreckige! Vielleicht ja auch zurecht, Paddy! Der toggelt zurecht rein, oder was? Nee! Dass du sie beleidigst! Nee! Juden sind cool! Ohne sie zu beleidigen! Die haben einen rasierten Stängel! Du bist so... Du gibst mal in der Scheiße! Dann können die auch mit dir spenden! Hier, komm her! Schätzchen! Danke, Schätzchen! Hier, komm! Brauchen wir uns ein Bett ein, Alter! Du Putzfrau, Mann! Ciao! Du triffst eh nicht! Du triffst eh nicht! Du triffst eh nicht! Daneben! Daneben! Ja! Die kommen alle zu 10! Die kommen zu 10! Pass auf! Ich hab nur Glas! Wir packen Hamburg wieder auf die Karte! Ich hab kein Glas mehr! Junge, er toggelt so rein! Oh mein Gott! Schwanzgesicht! Got one! Got two! Got two! GG! GG! Sheesh! Okay! Beste Challenge mit Paddy! Ja! XX der Rager! XX! Dann könnt ihr das nicht rauspiepen, ne? Dann wisst ihr, dass ich das gar nicht bin, sondern das ist einfach nur Fake! Ich hab mal auf Rage getan, ja! Bis zum nächsten Mal! Hast du noch was zu sagen? Ja! Bei mit dir, Alter! Tschö mit dir!